Die Hoffnung ist groß. Wird die Trauer die royale Familie endlich einen, die zerstrittenen Brüder William und Harry endlich wieder zusammenbringen? Alles guckt natürlich auf zwei Frauen. Auf Kate auf der einen Seite und Meghan auf der anderen. Bisher nicht Best Friends, würde ich mal vorsichtig sagen. Die haben die Fäden dabei in der Hand und kämpfen gleichzeitig darum, die neue Königin der Herzen zu werden. Ein Blumenmeer vor Schloss Windsor. Ein königreich in Trauer. Aber diese vereint sogar Kate, William, Harry und Meghan. Eigentlich seit Jahren zerstritten. Am Samstag kommen sie zum ersten Mal seit dem Mexit zusammenlegen Blumen ab. Gedenken der verstorbenen Queen. Bilder wie diese. Sie erinnern an den Sommer 1997. Damals eher ein Blumen-Ozean vor dem Kensington Palace in dem Sommer, in dem Prinzessin Diana stirbt, die Königin der Herzen. Mit dem Tod der Queen ist nun Platz für die neue Königin des britischen Königshauses. Und wer das ist, bestimmt heutzutage nicht mehr allein die Thronfolge. Hinter verschlossenen Türen beginnt der Kampf um die Herzen der Briten. Kate gegen Meghan. Bild macht den royalen Check. Wer hat die besseren Chancen auf die Krone der Herzen? Style. Ob Gala-Dinner, Charity-Event oder Einschulung der Kinder. Die Prinzessin von, Achtung neuer Titel, Wales ist immer elegant, dezent und klassisch gekleidet. Von Make-up bis Pumps. Kate kann's königlich. Meghan Markle liebt's modisch. Immer wieder sorgt sie für Wow-Auftritte, spart dabei meistens keine Kosten. Abendessen in New York. Dafür lässt Meghan gern um die 5000 Euro springen. Auch vor ihrem Mexit ist Meghan stets glamourös angezogen. Modische Fauxpas gibt's bei ihr kaum. Besonders originell war Herzogin Meghan dabei, meistens jedoch nicht. Immer wieder kopiert sie Harrys Mutter. Wie hier. Diana 1992 in Kairo. Meghan 2019 in Südafrika. Oder als Meghan Dreis diesen Look kopiert. Diana 1982, damals schwanger mit William im grünen Mantel. Daneben Meghan, schwanger mit Archie. Zum Verwechseln ähnlich der Style. Modisch sind sie beide, doch Kate ist stets originell und elegant. Punkt für Kate. Promi-Faktor. Als ehemalige Schauspielerin bringt Meghan auf jeden Fall eins mit ins verregnete Königreich. Den Hollywood-Glamour. Seit mehr als zehn Jahren ist die 41-Jährige inzwischen im Showgeschäft. In dieser Zeit hat sie sich Ruhmreichtum hart erarbeitet und Freundschaften der Extraklasse. Ob Talkshow-Masterin Oprah Winfrey, Tenniswunder Serena Williams oder sogar Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra, Meghan kennt sie alle. Die Olympiasiegerin Williams ist auch erster Gast in Meghans Podcast Archetypes. Kates beste Freundinnen, selbstverständlich adelig. Glamour schlägt Klüngel, klarer Punkt an Meghan. Familienfaktor. Kate, die Supermama. Mit Herz und Hingabe beobachtet die Welt nun seit knapp zehn Jahren Kate bei der Erziehung ihrer Kinder. Einen Tag vor dem Todestag der Queen bringt Kate die Kleinen zum ersten Schultag. Alle drei in vornehmer Schuluniform, wie es sich fürs Königshaus gehört. Dass es auch weniger royal zugehen kann, zeigt uns Prinz Louis bei einer Veranstaltung zum Thronjubiläum dieses Jahres. Kate bleibt beherrscht, aber liebevoll. Ein bisschen lustig, findet sie es auch. Mit der Queen und allen weiteren Familienmitgliedern des Königshauses war Kate stets vertraut, liebe und würdevoll. Vor allem mit König Charles und seiner Frau Camilla pflegt sie eine enge Bindung. Immer wieder betont Meghan, wie wichtig ihr Familie sei. Doch für die eingeheiratete Familie scheint das nicht zu gelten. Kurz nach Harrys und Meghans Hochzeit brechen die beiden mit der Königsfamilie, ziehen weit weg, weit nach Kalifornien. Als sei es damit nicht genug, lassen sie kaum ein Interview aus, um weitere intime Palastgeheimnisse auszuplaudern und die royale Familie öffentlich an den Pranger zu stellen. Wie im legendären Oprah-Interview, auch kürzlich tritt Meghan im Interview mit The Cut noch einmal nach. Auch in ihrem neuen Podcast kann Meghan kaum Seitenheber vermeiden. Erst als ich mit meinem Mann zusammenkam, verstand ich, was es bedeutet, wie eine schwarze Frau behandelt zu werden. Familien-Sinn sieht anders aus. Streitereien mit Bruder-Großeltern und Urgroßeltern sollte man im besten Fall auch privat austragen. Vor allem, wenn es hier um eine jahrtausendealte Tradition geht. Sorry, Meghan, auch dieser Punkt geht an Kate. Damit ist Catherine, Prinzessin von Wales, die klare Gewinnerin des Bildchecks. Wir verneigen uns vor Kate, der neuen Königin der Herzen. Ja, Verneigung. Aber die Meghan, die lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Das fiel noch nicht in die Wertung rein. Es gibt ein neues Video von Meghan, ein Herzensvideo. Das zeigt, wie sehr da im Moment gekämpft wird, um auch ihr Herz zu Hause. Also Meghan im Großeinsatz, Großoffensive, auch auf ihr Herz. Schauen Sie, wie sie dort in London auf die Trauernden zugeht. Können auch mal reinhorchen. Sie hört nämlich zu den Menschen in diesen Momenten. Und, Patricia, sie umarmt. Oh, lange, innige Umarmung. Haben wir noch ein bisschen Schubidu-Musik drunter gelegt, damit das auch ihr Herz berührt, falls sie nicht Meghan-Fans sind. Das spaltet ja wirklich die Lager, muss man sagen. Ist man Team Meghan oder Team Kate? Aber ist das jetzt aufgesetzt oder ist das echt, Patricia? Also schau, natürlich sind die ganzen Momente inszeniert. Das ist ja klar. Sie weiß ja. Es ist geplant, dass sie rausgeht. Aber so haben wir sie doch noch nicht gesehen, oder? Das ist doch schon eine neue Meghan in diesen Momenten. Gleichzeitig war das ja schon immer ihre Strategie, sie setzt aufs Herz. Ich finde das gar nicht so unecht bei ihr. Aber es ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen kalkuliert. Ich glaube, sie weiß schon, oder? Sprechen wir mit Julia Wieschewski, unserer Bild-Reporterin in London, die ja all diese Momente miterlebt. Julia, hat Meghan dein Herz erreicht? Und, verzeih, noch ein bisschen wichtiger, hat sie die Menschen dort, vor dem Buckingham Palace, die Trauernden, die Hunderttausenden in Großbritannien, hat sie die erreicht? Ja, also Meghan begibt sich ja hier voll und ganz in die Scham-Offensive. Und natürlich berühren solche Momente die Gemüter, sie schmelzen die Herzen. Das sind ja auch die Bilder, nach denen man lächzt, kann man schon sagen. Gerade in traurigen Stunden ist es ja immer noch wichtiger, auch diese schönen, positiven Momente zu sehen. Und was man sagen kann, es gibt schon klar die zwei Lager, Team Meghan, Team Kate und auch die Schattenseiten. Denn wir haben jetzt hier gerade diesen positiven Moment gesehen, diese innige Umarmung, diese sehr nahbare Situation. Aber es gab auch Momente, wo sich tatsächlich eine Besucherin, ein royaler Fan direkt offensiv von Meghan abgewendet hat und ihr praktisch die Hand verweigert hat. Und Meghan, sehr professionell, ich meine, sie ist ja ein geübter Star, ein Medienprofi sozusagen, hat das ja galant gemeistert und nicht da groß aufhebens gemacht. Aber auch dieser Moment ging viral. Und deswegen, so, ja, man merkt deutlich, die zwei unterschiedlichen Teams. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie jetzt auch in den nächsten Tagen natürlich mit Argus-Augen beobachtet wird, ob Kate oder Meghan die Nase vorne haben in dem Thema, wer erobert die Herzen der Menschen und der royalen Fans. Absolut. Julia Wischewski in London, danke dir für deine Einschätzung. Das wird ein schwieriger Kampf. Und die Brüder müssen sie auch wieder zusammenkriegen. Keine einfache Aufgabe. Wen hältst du denn lieber umarmt, Kai? Meghan oder Kate? Im Moment alle miteinander. Alle miteinander. Das ist die royale Strategie. Nicht mehr gegeneinander. Kampf ist auch das falsche Wort, sondern ein ganz großes Miteinander und Werben um die Herzen in der Welt. Ich glaube, so habe ich das richtig verstanden. Ja, es waren emotionale Worte.